So, herzlich willkommen bei Eisenbahn X oder EEP. Guck mal da. So, ich habe jetzt hier 100, 50, 80. Ich muss hier noch eine Wiese aussuchen. Berge 0, das machen wir dann später. Das. So. So groß ist die Anlage jetzt? Das ist eigentlich ein bisschen zu laut. Aber das geht. So groß ist die Anlage. So groß ist die Anlage. So groß ist die Anlage. Oder mal Untergrund anpassen. Wer kratzt die Mietze-Katze? Was willst du? Wollen wir mal die Katze rauslassen? Die Videos gehen schon so lange. Dann lass ich sie drin. Aber du musst aufpassen, wenn sie nicht rumrennt. Gut, es geht nie. Was hat denn jetzt reingeschmissen, die Höhen? Wir müssen noch ein paar Elektro machen. Wir müssen noch einmal rauslösen. So, jetzt Elektro ist eingestellt. So, hier innen. Ich sehe auch nichts hier. Aber jetzt ziehe ich los. So, jetzt hören wir. 1, 2, 3. So, jetzt gehe ich mal hier hin. Das tun wir auch noch schließen. Das braucht kein Mensch. Hier haben wir das mit Oberleitung. Das ist jetzt 3D. 3D. Drücke die Suchseite? Ne, hab ich nie. Na toll. Ah, ICE. I-I-I-I-D. Was ist das? Wo die? Der Vater Ding. Ach ne. Hier haben wir ICE. 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 Den stellen wir jetzt hier drauf. Ja. Einmal. Meine Maus macht auch mir blöder. Ah. Den wir dann zusammenschieben, die Hänger. So. So. Guck, jetzt sind sie schon zusammengegangen. Oh, stimmt. Mal. Drei. Warte mal. Muss mal hier hingehen. Und mal hier ein bisschen drehen. So. Was ist der hier? Der kommt jetzt hier drauf. Hä? Zweite Klasse, zweite Klasse, das ist gut. Das ist jetzt fertig. Meine Katze hat eine Macke. Das ist Ende. Das ist jetzt drauf. Du sollst gedreht werden, bitte. Hä? Hä? Ne. Klappt dort aber. Mh. CE. So. Drehen. Und es sieht aus, dass der Bahnhof zu groß ist. Die Name will ich nicht haben. Nee, das war die falsche Richtung. Rückwärts der erste Fahrt. Und geh ankuppeln. Nicht abgurgeln. Warum machst du das jetzt nicht? Den vorwärts schicken. Den vorwärts schicken. Den vorwärts schicken. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Das ist fragwolle. Da kommt sowieso Klee wieder rausgelöscht. Das kann ich jetzt nie vorwärts sagen. So Elektro. Jetzt haben wir das hier. Jetzt machen wir hier. Das ist nicht witzig. Aufwärtsschneide. Soll ich da sein. Alter Schwede. Soll ich da rein zu finden. Die Kamera sieht. Entfernen. Entfernen. So. Elektros eingestellt. Jetzt nach rechts. Ja. So. Das ist jetzt wieder. Hier ist das. So. Fortsetzen. So. Ich weiß nicht. Alter, was macht denn der so mit mir? Ist'n jetzt faul. So, dich läch' ich mal raus. Weg damit. Mach' hier rüber gehen. Wie... Ach, wie die Dinge doppelt haben? Nichts so doppelt? Nein. Weg damit. Weg damit! Weg damit. Weg mit. Gleich. Gleich, übernehmen, fortpflanzen. Weg kann. Wofir psi ich weiß warum ich weiß warum hier steht ein hässliches ding auf der strecke was nervt das da ganze zug entfernt so jetzt aber und